Boah, Leuchtermäster, freut sich, dass ihr dabei seid. Was schauen wir uns denn heute mal Schönes an? Wir schauen uns heute mal die absolute Neuheit, den Drachenflug. Dieses schöne Tagfeuerwerk, was uns da Funke präsentiert hat. Ja, ich weiß bloß, es ist nicht so der Knaller, aber ich finde das echt relativ nice, weil man hat wirklich mal ein schönes Tagfeuerwerk und diese schönen bunten Fäden, die es da auswirft. Und lasst uns einfach rausgehen und schauen, was da wirklich so los ist mit dem Drachenflug. Und dann werden wir um uns mal schauen, wie das ist. Ich finde es gar nicht mal schlecht, weil ich würde mir jetzt noch so Fallschirmaketen wünschen, aber wäre natürlich auch eine coole Idee gewesen, keine Schleifen hier raushauen zu lassen, nämlich wirklich so Fallschirme. Vielleicht wäre das eine Überlegung, was man mal machen könnte. Pios, dann lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, um nichts Neues und Neuheiten zu verpassen. In diesem Sinne, cheerio und adieu, euer Leuchtermäster. Oh, man zwei auch schon. Bist du ja. Bist du ja. Wie magnificann? Und zwar noch ein Mann. Aber wir behalte dich, wenn du das mal griechst, wasshutten, wasst du, wasst du denn? Du ja, der Leuchter. Wunderschmerz. Wunderschmerz. Bist du ja. Wunderschmerz. Wunderschmerz. Jetzt. Wunderschmerz. 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 Das war's für heute.